So, Sparkle Unleashed, wenn ich 6 So, da geht's los Oder auch nicht, oder doch? Naja, im zweiten Teil hatte ich schon mal vorgestellt Aber irgendwie hatte ich den da nicht gerafft Oder nicht hingekriegt Da hatte ich keine Geduld genutzt Ja, hier ist halt der erste Teil Auch Demo-Version, USA halt Ja, man muss halt 3 Bälle mit derselben Farbe halt immer zusammen mixen Und dann verschwinden die Ja, und kommen manchmal auch neue Boah, für die Zeitvertreib ist okay, aber Ja, wenn das echt hier Kohle kostet oder so Also, ich weiß nicht, wann man sich das holen kann, ne Wer holen sollte Ist halt nur ein bisschen was für das mit der Krips mal ein bisschen anstrengt am Tag Boah, für zwischendurch Boah Also, 8 Stunden lang kann er da nicht zocken Dann rastet man aus, ne Geht gar nicht, ne 8 Stunden gezockt, ey Boah Sehr hart als Arbeiten gehen, ne Die ganze Zeit, ich gucke mir Farben da Und das ist doch so langsam Ich weiß nicht, entweder gehen wir mehr ab, wenn das doch schnell wäre oder Hm Man kann schnell die Farben noch nicht aussuchen Man kriegt die halt Zufall Entweder passt drüber passt nicht Wer nicht will passend gemacht oder wie Hm Ja, es geht Für den Zeitvertreib ist doch okay Ja, kann man so lassen Man Es ist nicht los, mein Junge Mega